Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe natürlich interessieren. Mein Thema heute, passend sozusagen zur Jahreszeit, Profil bei Schuhen, Winterschuhen hauptsächlich. Ist das wichtig? Ja oder nein? Warum haben manche Schuhe ein Profil? Und warum manche wieder eher nicht? Und darauf wollen wir jetzt mal eingehen. Jeder hat es schon irgendwo mal gesehen in den Vorwahlen der vielen Geschäfte, dass es also gerade vom Optischen her entscheidende Unterschiede gibt in dem, wie sozusagen Schuhe jetzt für den Winter gearbeitet sind. Und da ist jedem bestimmt schon mal aufgefallen, warum gibt es halt welche, die zum Beispiel relativ wenig Profil haben. Also für den Träger, wie soll ich sagen, eine relativ glatte Sohle haben. Man hat es ja schon gesehen, also es gibt diese Unterschiede, gerade in der Derbe oder in der Dicke der Sohle oder zum Beispiel auch, wie es hier sehr schön zu sehen ist, mit einer schönen, wulstigen, robusten Kappe. Hier muss ich natürlich auch immer wieder sagen, was will ich, was brauche ich. Das fragen wir auch meistens bei uns im Geschäft. Und man muss natürlich auch sagen, gerade im Barfußbereich sind ausgeprägte Sohlen oder Derbeprofile gar nicht gewollt. Das heißt, hier lebt ja sozusagen die Sohle von der Flexibilität oder auch der Grip. Der Grip ist ja mit entscheidend, dass sozusagen der Fuß alles mitmachen kann, der Schuh mit dem Fuß mitgeht und demzufolge auf die Unebenheiten im Gelände oder bei den unterschiedlichen Untergründen darauf reagieren kann. Das ist nun Zweck der besonders dünnen und nicht stark profilierten Barfußsohle. Dass die alle ein gewisses Profil haben, ist klar. Weil das sorgt ja auch mit noch für den nötigen Halt, für den Rückhalt, für den Stand. Also deswegen kommen auch diese mit einem wunderbar leichteren Profil aus, als sozusagen diese klassischen Kinderschuhe. Der klassische Kinderschuh schlechthin ist natürlich relativ robust. Das ist, was ich natürlich damit auch sagen muss, natürlich auch immer ein Ticken schwerer durch das viel mehr an Material. Aber es gibt ja so die Daniel Düsentrieb des Spielplatzes, die also praktisch mit einem Barfußschuh gar nicht zurechtkommen würden, weil der natürlich dünner vom Material, dünner von der Sohle her ist. Da brauche ich was Robustes, was Alltagstaugliches. Also habe ich auch damit wieder die Unterschiede im Gebrauch. Und ich habe natürlich auch mal vielleicht ein etwas ruhigeres Kind, wo ich nicht so sehr auf einen dicken Schuh angewiesen bin, als Mama, Papa, Tagesmutter, wie auch immer. Aber ich muss halt mit gucken, was sind die Bedürfnisse meines Kindes, wie sieht der Fuß aus, wie warm ist der Fuß, was möchte ich gerne für Qualitätsansprüche an dem Schuh mit haben. Und daraus resultiert sich dann sozusagen die Auswahl bei den Schuhen. Nun sieht man natürlich auch, dass also die Stärke der Sohle auch mit Einfluss auf die Optik hat. Das heißt also gerade die Barfußschuhe wirken am Fuß niemals so wuchtig, wie jetzt so ein Schuh mit einem richtig dicken profilierten Sohlchen. Sohlchen kann man eigentlich schon fast gar nicht mehr sagen. So, die dann also auch vorne noch diese schöne, robuste Stoßkappe haben. Auch wenn das der Barfußschuh in ähnlicher Ausführung hat, aber natürlich nicht mit der Stärke des Materials. So, also auch wieder hier. Alles hat seine Ursachen, alles hat seine Gründe. Der Schuh an sich, der profilierte, lebt ja wie gesagt von der Dicke der Sohle. Und dann muss ich natürlich hier, damit ich auch auf unterschiedlichen Untergründen guten Halt, Rückhalt habe, Grip habe, natürlich eine Sohle einarbeiten, die auch hier auf unterschiedliche Untergründe eingeht. Ihr seht schon, der ist nicht so flexibel von der Sohle her. Also macht das sozusagen diese Einarbeitungen in der Sohle, heben das wieder auf. So, und damit habe ich natürlich trotzdem wieder einen rutschfesten Schuh, einen robusten Schuh, der natürlich alles mitmacht und der zudem natürlich auch den Kinderfuß noch warm hält. Das ist die Priorität bei den meisten Winterschuhen. Nur wer sich eben halt mal gefragt hat, warum es halt auch welche mit einer dünneren Sohle gibt oder welche mit relativ wenig Profil, dann hat er hier darauf eine Antwort gekriegt. Weil es ist wie immer, viele Faktoren spielen da mit einer Rolle und letztendlich entscheidet ja immer, was will ich, was brauche ich, was ist gut für den Fuß meines Kindes. In diesem Sinne, ich denke mal, ich habe euch wieder weitergeholfen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich würde mich freuen. Bis dann!